Hallo, entdecken Sie mit mir die Desktop-Organisation durch die Nutzung von Layouts und Workspaces. Effizientes Arbeiten ist entscheidend. Händler sollten sich auf Chart-Aktivitäten konzentrieren, nicht auf die Neuanordnung von Fenstern. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Arbeitseffizienz steigern können. Beginnen wir mit dem Öffnen eines Charts. Ich minimiere das Kontrollpanel, entferne das kumulative Volumenprofil von links und lösche den Depth-of-Market-Indikator. Um die Fenster besser zu unterscheiden, füge ich dem Chart den Indikator Watermark hinzu, der eine sofortige Identifizierung eines Instruments und des Zeitrahmens ermöglicht. Mit der rechten Maustaste klicke ich auf den Chart und wähle Fensterklonen im Chartmenü aus. Die Absicht ist, den Zeitrahmen des oberen Fensters auf 30 Minuten zu ändern. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Chartzeichen, ziehen Sie das Fenster und lassen Sie die Maustaste direkt über dem mittleren Symbol los. Das Fenster wird der Karte hinzugefügt und eine Liste wird am unteren Rand sichtbar. Auf diesem Bookmark befindet sich der 5 Minuten Chart des S&P 500, auf der nächsten Karte ein 30 Minuten Chart. Ich klone dieses Fenster erneut und ändere seinen Zeitrahmen auf eine Minute. Durchziehen und Loslassen über dem mittleren Symbol des Kreuzes wird das dritte Bookmark erstellt. Die Reihenfolge der Karten macht keinen Sinn. Ich ziehe die 5 Minuten Karte zwischen die 30 Minuten und 1 Minuten Bookmarks. So ist das 30 Minuten Chart links, das 5 Minuten in der Mitte und das 1 Minuten Chart rechts. Wenn ich das 1 Minuten Chart nicht benötige, klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte und wähle Schliessen. Ich maximiere die Fenster und ordne sie neu. Wir klonen den 30 Minuten Chart erneut und ändern den Zeitrahmen auf stündlich. Das Fenster, über dem linken Symbol des Kreuzes abgelegt, erstellt zwei Fenster nebeneinander. Sie können die Größe der Fenster anpassen, indem Sie die blaue vertikale Linie ziehen. Durch klonen des linken Diagramms und ziehen des Fensters über das obere Kreuzsymbol entsteht ein System mit drei Fenstern. Ich ändere den Zeitrahmen dieses Fensters auf H4. Wie zuvor passen Sie das Verhältnis dieser Fenster an, indem Sie die blaue horizontale Linie ziehen. Zum letzten Mal klone ich dieses Fenster und ziehe es per Track & Drop über das linke Symbol des Arrangement-Kreuzes. Bei Änderung des Zeitrahmens auf täglich werden vier verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig angezeigt. Sie können den 5 Minuten Chart anzeigen, indem Sie auf die Karte unten klicken. Irgendwann lenke ich die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt und ändere deshalb die Hintergrundfarbe dieses Charts. Was soll ich tun, wenn ich einige Charts miteinander verknüpfen möchte? Nehmen wir den S&P 500. Ich ändere ihn in Nasdaq, bewege die Maus in die obere rechte Ecke und klicke auf Gruppen. Wir weisen Nasdaq zum Beispiel die gelbe Farbe zu. Klicken Sie auf Gruppen und wählen Sie die gelbe Farbe aus. Das Instrument ändert sich in Nasdaq, da gelb dem Enquer zugewiesen wurde. Wenn ich die rote Gruppenfarbe dem S&P 500 zuordne und die gelbe Gruppenfarbe in diesem Fenster auf rot ändere, wird mein Nasdaq zu ES. Ohne die Instrumente im Hauptmenü zu ändern, verknüpfe ich sie durch verschiedene Farben in den Gruppen. Bis zu 10 Farben ermöglichen ein Fenstersystem mit bis zu 10 verschiedenen Instrumenten. Wir haben uns viel Mühe gegeben, diese Zusammenstellung zu erstellen. Wie speichern wir sie? In die Systemsteuerung wechseln, auf Einstellungen klicken, dann auf Layouts. Das kleine Symbol Einstellungen öffnet das Fenster Layout-Einstellungen, wo Sie ein neues Layout erstellen können, indem Sie auf Hinzufügen klicken. Geben Sie ihm einen Namen. Wie bei der Chart-Fenstern können Sie dieses Layout-Fenster an das Bedienfeld anhängen, indem Sie es auf das rechte Symbol des Kreuzfelds ziehen. Wir haben das Layout-Fenster an das zentrale Bedienfeld angehängt, um leicht auf verschiedene Layouts zugreifen zu können. Erneutes Klicken auf Einstellungen ermöglicht die Arbeit mit Layouts. Löschen, umbennen oder klonen. Kopieren Sie ein Layout in ein neues und passen Sie den Namen an. Schließen Sie das Fenster, um es zu löschen. Ich füge schnell das Volumenprofil in das linke Fenster ein und zoome in den rechten Chart für das Orderflow-Chart. Lassen Sie uns den Hintergrund dieses Charts noch einmal ändern. Betonen Sie, dass Sie das Layout nicht speichern müssen. Es wird automatisch aktualisiert. Zurück zum Kontrollpanel, wo wir das Layout-Fenster angehängt haben. Können Sie einfach zwischen beiden Layouts wechseln. L1 mit vier Zeitrahmen und L2 mit einem Volumenprofil und Orderflow-Charts. Sehen Sie, wie die Chartfarben im Layout beibehandelt werden? Deshalb habe ich die Hintergrundfarben dieser Charts geändert. Stellen Sie sich das Layout als Ihren Schreibtisch vor. Alles, was Sie dort einrichten, wird automatisch gespeichert. Layouts sind eine effektive Möglichkeit, individuelle Einstellungen der Indikatoren zu speichern. Da die bei S&P gehandelten Werte die Anzahl der Kontrakte bei Nasdaq deutlich übersteigen, ist es ratsam, für jedes Instrument ein eigenes Layout zu haben. Sie können leicht zwischen den Layouts wechseln, indem Sie Kontroll-Alt-Pfeile auf Ihre Tastatur drücken. Es ist nicht nötig, die Systemsteuerung aufzurufen und per Mausklick zu wechseln. Beachten Sie, dass alle globalen Zeichnungen im Layout innerhalb eines Arbeitsbereichs geteilt werden. Auf der Karte Einstellungen können Sie Workspaces erstellen. Diese sind voreinander unabhängig. Durch Hinzufügen können Sie die Änderungen durch Erstellen der Layouts speichern. Achten Sie darauf, aktuellen Arbeitsbereich Speichern anzukreuzen. Nennen Sie ihn Arbeitsbereich 2 und vergessen Sie nicht, Fenster aus dem aktuellen Arbeitsbereich hinzufügen zu markieren. Wenn nicht, erstellen Sie ein neues, leeres System. Wir haben einen neuen Arbeitsbereich mit den erstellten Layouts erstellt, um zwischen Ihnen zu wechseln. Zum Ende des Videos zwei letzte Vorschläge zur Produktivitätssteigerung. Um ein Diagramm mit Einstellungen in ein anderes Layout zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster und wählen Sie das Ziel-Layout. Verschieben Sie es auch, indem Sie das ganze Fenster klonen und das gewünschte Layout im Menü auswählen. Ich verschiebe das H4-Diagramm in Layout 2. Verkleinern Sie das verknüpfte Fenster und Sie sehen das H4-Diagramm aus Layout 1. Sie können den Arbeitsbereich vorab auswählen, wenn Sie sich anmelden. Das ist einfacher als das Wechseln zwischen Arbeitsbereichen in der Systemsteuerung. Zusammengefasst haben Sie gesehen, wie Sie Ihre Arbeit organisieren und individuelle Einstellungen speichern können. Das System umfasst das Verknüpfen von Fenstern durch das Kreuz, das Erstellen von Registerkarten, und das Nutzen von Layouts. Tastenkombinationen ermöglichen schnelles Wechseln. Zeichenobjekte werden von Layouts geteilt, die automatisch gespeichert werden. Arbeitsbereiche sind unabhängig voreinander. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, wie Sie Ihre Arbeit organisieren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie es. Vielen Dank fürs Zuschauen!